Yo 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 Gang, David am Start hier für euch und in diesem Video erfahrt ihr, wer der erfolgreichste Musiker Deutschlands ist und warum er so extrem korrekt ist. To the gods! Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, wollte ich euch kurz den Sponsor dieses Videos vorstellen und zwar ist das wieder Readit. Und Readit ist eine Online-Plattform, da könnt ihr euch über 600 Zeitungen und Magazine kostenlos geben, ihr könnt das Ganze im Browser machen oder auch in deren App. Die haben eigentlich so gut wie zu jedem Thema ein Magazin im Sortiment, sei es Politik, sei es Wirtschaft, sei es Computer, sei es Technik, da ist eigentlich für jeden was dabei. Und Readit hat außerdem wieder 50 Premium-Codes für die Gang da gelassen, deshalb diejenigen, die schnell genug sind, die können sich diese Codes gönnen. Und dann könnt ihr euch alle Magazine auch offline geben und komplett ohne Werbung. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem eigentlichen Video. Es geht um den erfolgreichsten Musiker Deutschlands und zwar bin ich aktuell irgendwie auf Netflix unterwegs und schaue mir sehr, sehr viele Dokus an. Und ja, diese Doku ist jetzt zwar nicht auf Netflix, aber allgemein, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch diese Avicii-Doku gegeben. Und die war halt auch schon sehr, sehr intensiv. Und ein paar Wochen vorher habe ich mir halt die Robin Schulz-Doku gegeben. Die ist auf YouTube, heißt Robin Schulz The Movie. Und ich muss einfach sagen, Robin Schulz ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig korrekt. Also wirklich ein sehr bodenständiger Künstler mit so viel Erfolg. Und genau, ich habe die Doku halt irgendwie durch Zufall irgendwie abends so auf YouTube gefunden und habe mir die dann einfach komplett angeschaut. Und eigentlich bin ich kein großer Fan von Elektromusik, aber in Holland kommt man irgendwie nicht drum rum, weil hier wird eigentlich nur Elektromusik gepumpt so. Und es gibt ja auch ganz viele bekannte DJs, die halt aus den Niederlanden kommen. Und ich habe Robin Schulz sogar mal live gesehen, ich glaube vor vier Jahren oder so, auf irgendeinem Kingsday-Festival in Amsterdam oder so. Und ja, allgemein, man kennt ihn ja auch einfach so. Jeder kennt Pray and See und Sugar. Das waren ja einfach die heftigsten Bretter damals. Und ja, die Musik ist halt ganz chillig. Ich kann halt so ein bisschen was, ich kann mir das anhören so. Aber das ist jetzt nichts, was ich mir einfach so privat den ganzen Tag geben würde, aber wenn es irgendwo läuft, nervt es jetzt auch nicht großartig. Und von Robin Schulz hatte ich einfach gar kein Bild so. Also ich kannte ihn, ich wusste ungefähr, wie der aussieht. Der hatte ja immer seine Sonnenbrille und so auf. Aber ich hatte gar keine Ahnung, was da überhaupt so für ein Typ hinter steckt. Ich wusste einfach nur, dass er wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich ist. Der hat halt die meisten Number-One-Hits im deutschsprachigen Raum, glaube ich. Ich glaube, der hat den erfolgreichsten in Deutschland produzierten internationalen Hit gemacht mit Pray and See. Und in seiner Doku ist einfach deutlich geworden, was für ein auf dem Boden stehender Typ er einfach ist. Und wie sehr ihn dieser ganze Trubel, diese ganze Aufmerksamkeit, dieses im Mittelpunkt stehen, wie sehr ihn das eigentlich gar nicht juckt und ab und zu sogar unangenehm ist. Da gibt es zum Beispiel diese Szene in dieser Doku, wo er wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig nervös davor ist, auf die Bühne zu gehen beim Echo, um seinen Preis abzuholen und halt irgendwen anders anzusagen. Obwohl das halt nur so zwei, drei Sätze sind, ist er wahnsinnig nervös. Und der Grund, warum er eine Sonnenbrille trägt und das jetzt auch zu seinem Markenzeichen geworden ist, ist einfach, weil er es nicht mag, sozusagen, dass man seine Augen sieht. Und der halt so ein bisschen introvertierter ist, es nicht wirklich mag, Interviews zu geben und es nicht mag, vor vielen Menschen zu sprechen. Und ja, das steht halt so im Kontrast zu dem, wie er wahrgenommen wird, wenn er halt vor zigtausend Menschen auf einer Bühne spielt und halt richtig heftig abreißt. Und das finde ich halt so interessant. Man hört ja richtig oft, dass Künstler im Privatleben anders sind als das, was sie dann irgendwie porträtieren so. Das ist ja oft bei Schauspielern so, die dann richtig extrovertierte Personen spielen können oder dann so richtig viel sprechen können, aber im Privatleben sind die dann halt eher zurückhaltend und so weiter und so fort. Und deshalb war ich halt super überrascht, als ich diese Doku gesehen habe und gesehen habe, wie geil einfach Robin Schulz drauf ist und was für ein normaler Dude das einfach ist, trotz dem ganzen Erfolg. Und ich finde das halt sehr erfrischend, wenn man sich diese ganzen Egos in der Musikindustrie anschaut, dann mal einfach so einen Osnabrücker Jungen da zu sehen. Und so, das war schon sehr nice und auch wie er über seine Heimatstadt spricht und so, das ist halt schon sehr, sehr korrekt. So, ja, da fühlt er sich einfach geerdet, das ist sein Ruhepol. Das war schon sehr, sehr nice so. Auf jeden Fall sehr sympathischer Typ. Checkt die Doku auf jeden Fall ab, wenn ihr Bock habt. Wir wissen, dass Robin Schulz Abonnent bei Simpli ist. Er wird deshalb wahrscheinlich auch Teil der Gang sein. Deshalb Shoutout an dich, Robin. Danke für den Support bei Simpli. Und hier bist du wahrscheinlich auch am Start. Kannst ja mal kommentieren. Und schaut euch gerne auch mal die Avicii-Doku an. Ich weiß, die ist schon super alt und der Tod ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Aber ich fand die Doku gerade im Anbetracht seines Todes auch ganz, ganz schön greifend und packend. Deshalb zweite Empfehlung, Avicii True Stories. Und ja, was soll ich sonst noch sagen, Gang? Hoffentlich habt ihr alle einen guten Abend und vergesst eins nicht, feiert gut. Ich bin in der Oste, und ich kann auf meine Tote. Rocks on the horizon, we're in the daylight, the shore, springen. Ich bin in der Oste, waves break on your chest, so my T-I's. Bis zum nächsten Mal.